Am 1. Oktober diesen Jahres will die Niederlande Europas größtes Gasfeld schließen. Und das wäre natürlich sehr dramatisch für Deutschland, weil wir bis zu 38% unseres Gases aus den Niederlanden bekommen. Alle Details in diesem Video, los geht's! Seit September 2022 bekommt Deutschland kein Gas mehr aus Russland und wir konnten den letzten Winter nur deswegen überstehen, weil wir wirklich bei hohen Preisen alles Gas auf dem Weltmarkt eingekauft haben, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Und zwischendurch hatte sich der Gaspreis sogar verzehnfacht. Aber trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, vor allen Dingen natürlich auch mit der Hilfe unserer europäischen Nachbarn. Weil den größten Anteil von Gas, den wir in Deutschland verbraucht haben, den bekamen wir aus Norwegen und auf Platz 2 lag Holland. Ja, die Gaslieferung aus Norwegen und aus Holland machten teilweise bis zu 84% unseres Gasimportes aus. Man kann also eindeutig sagen, nur dank der Hilfe von Norwegen und Holland ist bei uns in Deutschland nicht das Licht ausgegangen. Tja, allerdings galt das nur für den letzten Winter. Weil in diesem Winter wird es dann noch dramatischer werden, weil Holland sein allergrößtes Gasfeld dicht macht. Das ist so das größte Gasfeld in ganz Europa. Und damit kann es uns dann nicht mehr im Winter mit Gas versorgen. Und auf Yahoo stand gestern nämlich folgende Headline. Netherlands sets to close Europe's biggest gasfields in 2023. Und zu Deutsch heißt das, in Niederlande wollen Europas größtes Gasfeld 2023 schließen. Und in dem Beitrag steht weiter, das Groningenfeld im Nordosten der Niederlande wird ab 1. Oktober geschlossen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Und baten darum, nicht identifiziert zu werden, da die Pläne noch geheim sind. Das Kabinett werde noch diesen Monat eine offizielle Entscheidung treffen, sagte ein Sprecher der niederländischen Regierung. Die Niederländer wollten das Feld in Abhängigkeit von der geopolitischen Lage spätestens Oktober nächsten Jahres schließen. Aber die Behörden sahen sich wegen Auswirkungen der von ihm verursachten Erdbeben politisch unter Druck gesetzt. Das Feld ist seit Beginn der Förderung im Jahr 1963 eine wichtige Gasquelle für weite Teile Westeuropas und eine tragende Säule der niederländischen Staatsfinanzen. Der Standort hat jedoch auch großen lokalen Widerstand hervorgerufen, nachdem Hunderte von Erdbeben seit den 1980er Jahren Tausende von Häusern beschädigt hätten. Tja, also meine lieben Zuschauer, so langsam wird es richtig ernst mit der Gasversorgung und deswegen dürfen wir uns auf einen sehr, sehr heißen Winter freuen. Respektive natürlich einen kalten Winter, wenn uns dann das Gas zum Heizen fehlt. Und welche Auswirkungen das speziell auf Deutschland haben wird, können wir sehen, wenn wir auf die offizielle Seite der Bundesnetzagentur stehen. Hier in folgender Grafik siehst du nämlich ganz genau, woher Deutschland sein Gas bekommt. Und diese Grafik geht vom 01.01.2022, also Anfang letzten Jahres, bis heute und wird täglich aktualisiert. Und na klar, am Anfang war natürlich Russland auf Platz 1. Die hatten uns das meiste Gas geliefert, aber das wurde dann nach und nach reduziert. Erstmal wegen Wartungsarbeiten und später wurde ja dann auch die Nord Stream Pipeline gesprengt. Und deswegen bekamen wir ab September dann gar kein Gas mehr aus Russland. Auf Platz 2 liegt ziemlich stabil Dänemark und nach dem Ende des russischen Gases importierten wir auch deutlich mehr aus den Niederlanden und aus Belgien. Und der von Habeck so groß umschriebene Hoffnungsträger LNG machte im Durchschnitt nur 5% unseres Gases aus. Und um dir nochmal ganz deutlich zu zeigen, wie groß der Anteil von Holland ist, hier mal drei Zahlen. Deutschland importierte im letzten Winter, also von Dezember bis Februar, durchschnittlich 3064 Gigawattstunden pro Tag aus Gas. Und aus den Niederlanden importierten wir im Winter durchschnittlich 886 Gigawattstunden pro Tag, also rund 29%. Aber es gab auch Tage, wie zum Beispiel den 14.12.2022, wo wir aus Holland 1097 Gigawatt importiert haben, was dann rund 38% des ganzen Gases für diesen Tag entsprach. Man kann also sagen, rund 29% unseres Gases kommt aus den Niederlanden und teilweise sogar bis zu 38%. Und wenn die Niederlande jetzt ihr größtes Gasfeld schließen, dann gute Nacht. Und natürlich, sicherlich wird nicht gleich der komplette Gasimport aus den Niederlanden wegfallen, aber selbst Klaus Müller von der Bundesnetzagentur sagte damals, jedes Prozent Gas ist wichtig. Und hier werden es gleich mal ein paar mehr Prozent flöten gehen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja nicht mehr die massiven Gasströme aus Russland haben, womit wir ja vorher sehr schnell und sehr stark unsere Gasspeicher füllen könnten. Und das Problem ist ja, dass dieses Gas nicht nur in Deutschland fehlt, sondern in allen europäischen Ländern. Weil Holland versorgte ja sehr viele Länder mit Gas und das wird jetzt bei allen reduziert. Und demnach wird der Konkurrenzkampf um das verbleibende Gas in Europa in diesem Winter noch viel stärker werden als im letzten Winter. Und ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, ob wir noch genug Gas für alle Länder zusammenbekommen oder ob es einen Gasmangel und Blackouts in einzelnen Ländern gibt oder vielleicht sogar in allen Ländern. Aber auf jeden Fall können wir sehen, das Angebot für Gas wird bei gleichbleibender Nachfrage jetzt deutlich zurückgehen und deswegen werden natürlich die Preise wieder steigen. Bereits jetzt kann man das schon sehen. Am 1. Juni standen die Preise nämlich bei der holländischen Börse bei 23 Dollar und stiegen nach gestern auf den Preis von 41 Dollar. Das ist ein Anstieg von 78% innerhalb nur eines halben Monats und das ist erst der Anfang. Wir wissen nicht, wie weit das Ganze noch geht und ob es vielleicht die Rekordwerte vom letzten Jahr schlagen wird. Ich meine, was denkt ihr denn? Werden wir jetzt aufgrund des Schließens der Ölfelder in Holland sogar höhere Preise sehen als letztes Jahr? Bekommen wir einen Gasmangel und vielleicht sogar Blackouts? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video und lasst uns darüber diskutieren.